Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zu den Zombies oder zu den Villagers. Wir wollen jetzt mal eins davon erledigen und wir hoffen, dass sie gute Sachen spawnen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Probleme, weil manchmal spawnen die auch gar nichts. Ja, was heißt manchmal? Also ich weiß nicht, schon oft passiert, ne? Ich würde mal so sagen, so in zwei Drittel aller Fälle geht man da leer aus. Also ich würde sagen, es bleibt doch jetzt nicht nur bei einem. Wir versuchen jetzt mal so viele wie möglich Platz zu machen. Ja. Wir sind ja alle jetzt mit feinen Bogen bewaffnet, ne? Da können wir ja mal ein Erschießungskommando draus machen. Zehn Treffer brauchen die, wir sind zu dritt. Heidi, wo bist du? Ich bin am Village eigentlich schon. Ich auch. Ich sehe hier keinen von euch, ne? Ne. Ich bin am Weg. Ich passiere jetzt den Teig. Ich bin auf dem Weg. Also ich sehe hier nur einen Villager. Ich sehe hier vorne irgendwas rumgammeln. Wer dann Bogen schon mal an? Da fällt mir an, ich habe überhaupt keine Nahkampfwaffe am Mann. Ah, die habe ich. Aber ich bin ja eh der Shooter. Ich glaube, ich sehe euch beide. Ich komme zu euch. Dennis, von hinten ein Zombie, von hinten. Gut, was geht's? Gut, was geht's? Es sind jetzt hier vier Leute. Der hat nichts gedroppt. Schön auf die Eier zielen, da ist die größte Hitbox. Was eigentlich falsch klingt, aber... Ähm, eine Stonewoodcutter's Axe und Tears of the Gods. Wanden wir irgendwie noch ein Village versuchen? Ich habe gerade einen gespannten Pfeil. Stonewoodcutter's Axe habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ja, doch, nimm mit. Ja, brauchen wir die? Okay, gut. Ja, äh, ich glaube, das sind gerade alle jetzt tot, die da drin waren. Da können wir ja mal reingehen. Oh ja, lass uns mal reingucken. Ich habe immer noch einen gespannten Bogen. Ist doch nicht so schlimm. Ist doch nicht so schlimm. Opfer den Pfeil, aber nicht, opfer ihn nicht in mich. Ähm, warte mal kurz. Warte mal, noch nicht alle reingehen. Lass uns erst mal, äh... Ich muss erst mal Sarah die Bandages geben. Ja, bitte. Weil sonst wird das hier ein bisschen problematisch. Okay, ich zieh mir noch zwei, drei Bären rein. Ja. Damit ich... Damit ich nice drauf bin. Wird's dunkel? Nacht will ich da nicht rein. Was wir... Im Dunkeln muss auch mega sein, ey. Okay. Ja, aber... Hm... Was ist denn? Okay, ich aktiviere mal die sechs. Da habe ich die Bandages liegen. So, dann gehen wir mal rein hier. Ja, okay, gut. Dann los geht's. Erst der Blick ist frei. Scheiße, ich hätte die mal... Also, was ich schon rausgefunden habe, die Fässer und die Kissen hier, die kann man looten. Ja. Ich habe ein Heu gefunden. Hey. Ich habe noch ein Hey gefunden. Hey, hey. Ich habe Wasser gefunden. Und noch ein Wasser. Also, noch halte ich es hier drin aus. Ja, noch geht's. Wenn tiefer rein geht, wird der Schaden halt stärker. Wo ich sehe eigentlich nur Heidi. Wo bist du denn? Wo bist du dran? Ich bin jetzt schon mittendrin. Ich bin mittendrin. Oh, scheinen wir mal. Oh, äh, Steel Compound habe ich gefunden. Was das auch ist. Was das auch ist. Und zwei Irons. Ähm. Weiß ich auch nicht. Wood lasse ich jetzt mal ein Stück, das lasse ich jetzt mal für die Zombies, ne? Hast du sich ein schickes Häuschen bauen können, oder wie? Oh, da hinten steht ja eine riesige, da stehen ja noch riesige Gebäude, ne? Ich bin hier mittendrin. Mittendrin steht nur dabei. Genau. Oh, lang, lang ist es her. Ich geh jetzt da mal hoch. Langsam Zeit für die erste Bandage. Jetzt muss ich ne Bandages fressen hier. Ja, ich auch. Und ich finde nur, ich finde nur Heu. Boah, ich kann direkt eigentlich mal noch eine verknusen. Oh, ich bin irgendwo oben. Oh, ich bin am Dach. Ist das geil. Dieben mich? Oh, scheiße, scheiße. Ja, ich muss mal gucken, ich weiß es nicht. Ich würde interessieren, ob man das mit den Game internen Mitteln hier nach... Ja. Ich bin auch auf dem Dach. Das ist immer ein schöner Blick hier, ne? Definitiv. Na ja, gut, so weit oben bin ich noch nicht, also ich komme jetzt. So. Good morning. Oh, ey, ist ja mega. Ich muss nur irgendwie immer wieder mal... Ach, schattest du ein bisschen was von Assassin's Creed gerade? Ja. Bei unserer Ausrüstung? Ich hab den starken Impuls, um ins nächste Dach zu springen. Ist hier irgendwo ein Heubein oder so? Uah! Ist hier irgendwo ein Heubein? Nee, aber eine Plattform. Warte mal, da rüberkommt man... Du willst den, äh, äh, wie heißt der Todessprung? Nee, äh, äh, äh... Ich will hier hoch. Wie heißt der Sprung nochmal? Ey, ihr seid echt rüber gesprungen? Ja, klar. Ich komme hier nur nicht rein. Ach du Scheiße, ich glaube wir gehen hier drauf. Ohne Scheiße, ich wüsste jetzt nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Ach, scheiße, guck uns mal an hier. Ich hab's geschafft, unten an, nebenan zu kommen. Wir haben jetzt ein massives... Wieso, wo steckt ihr denn? Scheiße, wir stecken zwischen den Dächern. Nee. Oh nein, ich glaub wir gehen hier drauf. Aber ich kann die Bandages, ich kann... The Gods above, we can ask you for your power. Time for some explosive action. See if you can dodge this. Feel my rap. Dann gibt's den Keller. Dann kannst du mit mir, Dennis. Hier gibt's diese Wölbe. A holy shield, to protect us. Ihr sterbt da oben gerade, oder? Kann man tanzen? Warte mal, ich guck nochmal, ob wir tanzen können. Ja, kann man. Das ist geil. Ich würd's ja zu gerne sehen. Oh man ey, wenn wir hier schon draufgehen, dann wenigstens mit Lachen, Alter. Ich komm hier nicht raus. Dancing to the Moon. Oh, oh, oh. Oh, scheiße. You're not gonna like this. Oh, ich bin gleich tot. Man kann... Man kann die Bandages gar nicht nehmen. Doch, applying, es geht, es geht. Oh, jetzt bin ich gleich tot. Ich muss wieder... Oh, geht noch. Ich bin noch nicht tot. Die nächste nämlich. Oh, nehmen wir mal... Man ist irgendwie so... Guck mal, wie man sich da rollen kann. Liebe Zuschauer, im Grunde war es gar keine blöde Idee in dieses Village. Mein Blatt ist bereit. Ich mach ihn raus. Aber was ihr seht, ist der Weisheit letzter Schluss. Ich komm nicht mehr weg. Kann man sich nicht... Was hab ich denn gerade gemacht? Guck mal, was machen wir denn jetzt hier gerade? Können wir denn nicht damit rauskommen? Ich bin gerade um ne Ecke gebogen, steht ein Villager vor mir und macht... Kann ich vielleicht irgendwie schwimmen? Ja, das sieht irgendwie so aus, als ob man hier so... Ich weiß es nicht. Let's do some hunting. Es sieht schon fast aus, als würde man schwimmen, ne? Ich bin fasziniert, dass sie immer noch lebt. Ich bin runter auf drei Bandages. Oh, ich muss Bandages nehmen. Ich auch. Aber ganz ehrlich... Ja gut, die können wir ja Elfer brauchen, weil unseren... unseren Charakter kriegen wir hier nicht mehr wieder. Habt ihr euch jetzt beide hier totgepackt? Habt ihr euch jetzt beide totgepackt? Ja. Ohne Scheiß. Bist du nicht schon tot, kann das sein? Taste the sting of destruction! Ja, da bist du wieder. Hallo! Genau, erstmal was trinken hier. Prost, ne? Äh... Ich würd' ja sagen... Ey, ich komm mir so vor wie die Dachdecker bei der Arbeit irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich hätt' ja gesagt, ich komm zu euch mit dem Lasso, zieh' euch raus, aber ihr habt keins und ich hab' keine Lust. Man gönnt sich ja sonst nix. Wir haben jetzt das Village auch verlassen. Ich weiß nicht, wie man... Man muss hier doch noch irgendwie rauskommen, wenn ich jetzt hier... Ich nehm' ne... Ich brauch' jetzt erstmal wieder ne Bandage. Ich roll' das Dach kaputt einfach. Kann man das schädigen? Ne, leider nicht. Ich kann mich auch überhaupt nicht bewegen, hm? Ne, kann ich mir auch nicht. Ich kann... ich kann nur wenchen. Can't stop me now! Ich hab'n Iron Sword grad aus'n... ...willigstelle. Freut mich! Also, wir müssen ein bisschen Pantomime hier wenigstens machen. Ey, meiner macht hier grad'n... Ne. Hallo! Ich glaub' ich könnte vielleicht durchs Dach fallen. Und dann macht er dann halt den Haar aus, oder wie? Guck' mal, wie der immer das... das den... das Bein hebt bei mir. Ich find's doch so faszinierend, wie lange ihr da drin jetzt überlebt, ne? Also, so viel zur Zeitabnahme, was, ähm... Was das über die Überlebensqualität in diesem Dorf angeht. Also, so schnell verreckt man dann doch wohl nicht, wenn man ein paar Bandages dabei hat. Ey, das müssen wir ohne Scheiß, dann müssen wir... Slow-Motion müssen wir davon machen, hier. Uh, jetzt hör' auf zu tanzen! Ey, du bist rausgefallen aus'n Dach! Ich seh' dich nicht mehr! Ich komm' gleich wieder, aber ich bin gleich tot! Ey, das ist genial! Echt, das sieht aus, ey! Wahnsinn! Wahnsinn! Könnt ihr einen Lockout und einen Relog mal probieren? Vielleicht backt ihr euch dann aus dem Feld, aus dem Dach da raus. Ja, ich find's ja aber eigentlich ganz schön. Ja, ich muss jetzt erstmal ne Bandage nehmen, sonst bin ich jetzt bald mal tot. So, ich hab' noch genau eine. Naja, dann... Probiert das mal! Schön im Liegen hierher! Let's do some hunting! Uhlala! Don't overdo yourself! Und ich wär' euch fast noch gefolgt! So, ich probier' das jetzt tatsächlich! Ich mach' gerade Crunches! Ich komme gleich! Ach was, du bist rausgefallen! Bin ich rot, oder? Du bist raus aus'n Dach gefallen, ja! Ich hab' mich grad ausgelockt! Also, ich bleib' hier noch! Ja, ich hatte'n bisschen viel Holz und Stein... ...antasche! Und ne Rüstung und ne Bogen, Arschvoll Pfeile und... Naja, halt so, was man so mit hat, ne? Genau! Ja! Ne, Leute, also, dann logge ich mich jetzt auch mal kurz aus! Warte, ich guck' jetzt erstmal, ob's überhaupt funktioniert! Ich bin gleich wieder hier! Sonst müssen wir jetzt hier leider sterben! Es kann funktionieren! Versuch, mach klug! Dennis lockt dich aus! Ja, genau! Mach' ich jetzt auch! Also, bis gleich, Leute! Ja, es hat leider bei mir nicht funktioniert! Ich hocke immer noch an der selben Stelle, aber ich hab' ja irgendwie das Gefühl, ich lieg' noch mehr in der Mitte jetzt! Ähm, ich versuche jetzt zumindest ein bisschen an den Rand des Daches zu kommen, damit vielleicht die Sachen, falls... Also, wenn ich dann jetzt da draufgehe, dass die vielleicht vom Dach fallen und die anderen die mitnehmen können! Aber ich komm' hier einfach nicht weiter! Also, die Bandages kann ich ja immer noch, äh, nehmen! Hast du noch genug? Ich hab' noch zehn Stück! Oh! Okay! Aber ich bin hier direkt in der Mitte des Daches, also... Ja, wenn ich jetzt... Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt halt da raufgehe mit nem Lasso, dann... pack' ich da genauso fest, also... Ihr seid da ja relativ gezwungenermaßen reingerutscht, ne? Ja! Äh... Also... Also, so alleine auf dem Dach ist nicht so lustig, irgendwie... Soll ich noch mal kommen? Da willst du einfach mal das, äh, das... Das Village mal krass durchquert, verlasse es jetzt durch den Nerd-Ausgang? You're not gonna like this! Dann hast du noch Bandages! Moa! Ich glaube, ich lass' mich jetzt mal draufgehen! Und die muss ich fressen jetzt! Oder kann man das, äh, mit nem Lasso vielleicht die Sachen auch einfangen, das Loot, oder nicht? Ne, da kannst du natürlich nur Spiele mit einfangen! Hm... Das ist natürlich doof jetzt, also... Was hab' ich denn alles jetzt so drin im Inventar? Ach nee, ich will's gar nicht sehen, das ist total viel... Hm... Nochmal ausloggen? Probieren? Ja! Machen wir nochmal! Wird halt besser! Ja! Ja, es hat leider nichts gebracht! Auch das zweite Ausloggen war nicht von Erfolg und somit sind wir dann gestorben! Oh! Ich hab' die ganze Ausrüstung verloren, die werd' ich auch nicht wiederbekommen! Also ich hab' auch ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr auf dieses Dach zu gehen jetzt, muss ich so sagen! Ist ja verständlich! Warum? Aber ich denke mal den ein oder anderen Villager werden wir jetzt trotzdem nochmal erledigen, oder? Ich wär' dabei, ja! Definitiv! Gut! Dann machen wir mal einen neuen Anlauf in der nächsten Folge! Also... Bis dann!